Darüber sprechen wir mit unserem US-Korrespondenten Steffen Schwarzkopf in Washington, denn dort ist es ja jetzt erst Donnerstagvormittag und jetzt sieht man erst mal die Folgen dieses Unwetters, die Folgen des Wassers. Wie ist denn die aktuelle Situation momentan? Ja, es ist fast ein wenig paradox. Inzwischen scheint in New York die Sonne wieder, auch hier in Washington, wo der Sturm oder die Ausläufer von Hurricane Ida ja am gestrigen Abend durchgekommen sind. Auch hier übrigens in einer Vorstadt von Washington, D.C. ein Todesopfer zu beklagen. Insgesamt übrigens jetzt in New York und New Jersey mindestens neun Tote, so heißt es. In New Jersey wurde eine weitere Frau gefunden, ebenfalls ertrunken in ihrem Keller. Und das ist wirklich das Bemerkenswerte an diesem Sturm und an diesen Wassermassen. Wie schnell das Ganze gestern Abend in der Nacht in New York vonstatten gegangen ist, dass Menschen es nicht geschafft haben, aus ihren Kellern beispielsweise herauszukommen, weil das Wasser da wirklich hektoliterweise innerhalb von Sekunden hineingelaufen ist. Und auch zwei Gebäude sind teileingestürzt in New York, Bäume sind umgerissen worden. All das zeigt, dass das Ausmaß zwar befürchtet worden war, aber dass die Menschen sich offenbar nicht rechtzeitig da in Sicherheit bringen konnten. Steffen, wir sehen gerade Live-Bilder aus Philadelphia. Das ist auch an der US-Ostküste, nicht weit von New York, nicht weit von Washington, D.C. entfernt. Und da sehen wir zum Beispiel ein Stromwerk, was auch komplett überschwemmt worden ist. Die Hubschrauberaufnahmen, die wir eben sehen konnten, da sieht man das Ausmaß, also wie viel Wasser da runtergekommen ist. Es sind ja unglaubliche Bilder, die wir da aus den Vereinigten Staaten von der Ostküste jetzt bekommen. Jetzt zum Beispiel auch eine totale von oben, die Flüsse sind über die Ufer getreten, haben Hallen überschwemmt. Das ist ein Industriegebiet dort und da laufen natürlich jetzt die Bergungsarbeiten auf Hochtouren. Steffen und US-Präsident Joe Biden, der hat ja bereits Hilfe zugesagt für den US-Bundesstaat Louisiana, wo Eider ja als erstes rübergezogen ist, auch massive Schäden angerichtet hat. Was können wir denn vom US-Präsidenten erwarten? Also Afghanistan abgehakt und jetzt geht es tatsächlich um die Innenpolitik? Das mit Sicherheit Joe Biden wird morgen im Übrigen nach Louisiana, nach New Orleans reisen, um sich auch dort die Schäden anzuschauen. New Orleans immer noch größtenteils ohne Strom und auch andere Teile von Louisiana und von Mississippi. Jetzt natürlich Hauptaugenmerk auf New York vor allem. Dort hoffen zumindest die Rettungskräfte, die jetzt in der Stadt unterwegs sind und dazu vielleicht ganz interessant, es sind eben nur Rettungsfahrzeuge, Polizeifahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge in der Stadt in New York momentan erlaubt. Die hoffen, dass sie nicht noch weitere Leichen in Kellern finden. Die Aufräumarbeiten, die sind angelaufen. Und jetzt geht es auch vor allem darum, die U-Bahn, das weltgrößte U-Bahn-Netz, ja überhaupt wieder in Betrieb zu bekommen. Auch die U-Bahn, ja komplett in einen Shutdown gestern hineingeraten, weil Wassermassen da auf die Bahnhöfe gelaufen sind. Teilweise Menschen in den U-Bahn eingeschlossen gewesen, weil sie nicht rauskamen auf die Bahnsteigerung, schon gar nicht auf die Straßen, weil das Wasser die Treppen hinunterstürzt. Also man versucht jetzt die Stadt so nach und nach wieder in Gang zu bekommen. Die Gouverneurin, die neue von New York, Katie Hochul, die hat gesagt, wir wussten, dass es schlimm werden würde. Wir haben versucht, uns da auch vorzubereiten, aber es gibt Dinge, da können wir nichts ausrichten bei diesen Naturgewalten. Steffen, danke für diese Einordnungen nach Washington. Wir sehen hier noch einmal die Live-Bilder eben auch während der Einordnungen von Steffen, die wir dort sehen konnten. Unfassbar der Zustand an der US-Ostküste. Wir sehen hier noch einmal die Live-Bilder, die wir dort sehen können.